Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute wollen wir uns mal einen Esstisch anschauen, den man ruckzuck zu einem Couchtisch verwandeln kann, weil man den Platz für einen Esstisch zu Hause zum Beispiel nicht hat. Das zeige ich euch mal hier. Das Essen ist vorbei. Ich ziehe den Tisch einfach auseinander. Ihr seht, hier ist eine Einlegeplatte. Es gibt übrigens noch eine zweite, weil die geht auch noch größer. Die verstaue ich hier im Mittelfach. Und dann kann ich den Tisch bequem nach unten justieren und meine beiden Tische, meine beiden Stühle. So, Stühle sind weg. Couchtisch ist da und jetzt kann ich Platz nehmen und den Feierabend genießen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.